Budgetkurs Umgang mit dem eigenen Geld Haben Sie das Gefühl, Ihr Geld ist manchmal ein bisschen knapp? Wollen Sie sich manchmal ein bisschen mehr leisten? In diesem Kurs geht es um Ihre Finanzen. Wir schauen an, wie viel Geld Sie zur Verfügung haben und was Sie mit diesem Geld alles kaufen können. Sie erfahren, was Sie verschiedenen Sachen kosten und was Sie gerne haben möchten. Dazu werden wir in die Stadt gehen und die Preise vergleichen. Sie bekommen Tipps über, wie und wo man etwas günstiger kaufen kann. Und wir diskutieren, wie man auch Geld sparen kann. Der Kurs ist für alle, die gerne möchten, sicherer werden im Umgang mit dem eigenen Geld.